freunde heute reagieren wir auf den schnellsten editor auf der gesamten welt von und zwar auf parallel psycho ich habe so ein bisschen reingeschaut bevor das wieder anfang von der desk hat eine mega geile aktion und zwar könnt ihr euch einen hoodie oder sweater umsonst sneaken ihr müsst einfach nur irgendein hoodie oder sweater eurer wahl in den warenkorb reintun dann müsst ihr einfach nur dazu passend irgendeine hose einfach holen also ihr holt einfach irgendeine hosetüte warenkorb und dann irgendwie oder sweater ich hab's euch jetzt hier eine hose und hoodie reingetan gibt in den code eine gutschein code red hoodie ok ganz einfach und wenn ihr das gemacht hat freunde 25 euro kriegt er einfach mal einen rabatt ihr zahlt einfach nur noch die hose und den hoodie kriegte umsonst ist mega nice check auf jeden fall ab ich war's mit dem video let's go unglaublich was ist das was ist das was ist das was hat er Digga! Digga! Hä? What the? Ey, der Song ist geil. An dieser Stelle Nasty. Der Song ist nice, kann ich für deine Videos verwenden. Der kommt nice, nimm den auf jeden Fall. I'm the one that they fake it. Where was you at? I'm flipping them backs. We're back in the motherfucking basement. Digga, das ist so schnell. Ahaha! Ahaha! Oh! Oh my gosh! Also das ist gerade Creative Flex auf einem anderen Universum Level. You know my friend and my family. You sounding better resenting me. I'm getting fed. I'm getting bread. You looking better resenting me. I put the gas in my lungs. I put the food on my plate. I'm awful bird. I'm doing work. Ain't no more sleep in the day. I guess I'm stuck on my arms. I guess I'm stuck on my way. Boring the morning to Marty pouring out my stress away. I guess I'm stuck on my abs. I guess I'm stuck on my way. Boring the morning to Marty pouring out my stress away. Ich komme eigentlich nicht klar. Ich checke einfach gar nichts. Wiedergabegeschwindigkeit, machen wir mal. Machen wir 075. Mal gucken. ist das überhaupt menschlich möglich warte warte noch mal hier 075 sogar viel zu schnell aus ne kommen ich komme gerade echt nicht drauf klar ach so er editiert er editiert mit einer taste er muss jetzt nicht irgendwie bestätigen oder sowas drücken auch viel besser macht doch echt sinn also er hat es wieder wie bei einem controller also er hält also drückt die taste und wenn er loslässt hat er editiert ok zeig mal ok ich kenne mich jetzt absolut da gar nicht aus wir schauen uns das nächste video an und zwar your eyes will 100% not be able to process these editors heißt auf denen unsere augen wenn das niemals wahrhaben und checken könnte ich bin ich gespannt let's go gegen die will ich keine one machen gegen den würde ich niemals mein leben versuchen niemals es wird schon einige sagen digga das ist so schnell doch locker irgendwie zeit vorgespult oder so aber achtet mal hier auf den timer ich weiß ob ihr es erkennt aber solltet ihr auch wieder kennen können dass ihr alles safe dass sie kein spaß wollen dass sie können oh mein gott Das ist einfach lustig hier, das ist schon so krank, als es schon lustig ist. Das ist zu doll, das ist viel zu doll. Ja, direkt, meine Augen können das gar nicht mehr wahr haben, das ist schon zu macho meine Augen gerade. Das ist echt böse. Wow, wow, der Retake ist ja unglaublich. Jetzt kommen wir hier nochmal in Zeitlupe. Selbst in Zeitlupe sieht es behindert schneller aus. Was ist das? Was ist das? Der hat auf jeden Fall echt mein Abonnement absolut verdient. Der Typ ist halt echt behindertalentiert. Ich schaue mir nochmal ein, zwei Dinge nochmal weiter an. Große Töne spuckt der Kollege hier. Das ist ein High-Ground-Retake-Video. Ich möchte euch jetzt alle das ganze Video sehen. Schaut euch mal einen Lippen an. Schauen wir mal 5k Likes an diesem Video. Ich könnte noch ein paar High-Ground-Retake-Videos machen. Also wenn wir 5k Likes machen, dann mache ich das. Und dann gehe ich in die Dämpfe, wie ich das mache. Ja, das muss ich wirklich sagen. Ich liebe euch. Peace. Ihr wisst, High-Ground-Retake ist halt auf den... Wenn jemand oben ist, ihr versucht dann quasi... ...den Platz oben wieder zu saven. Das ist High-Ground-Retake. Und der hat ja seine eigenen... ...Knacksdinger. Ich finde halt guten Musikgeschmack auch. Also benutzt gute Songs. Die auch nicht jeder zweite benutzt. Feier ich. Finde ich gut. Finde ich cool. Wow. 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 Ja, ja, ja. Was? Was? Nein. 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 Das ist ein Controller. Nein. Er kann nicht, dass er so un-Controller so gut ist. Niemals. Niemals. Nein. Er hat meine Ehre genommen gerade. Er hat von uns allen gerade Ehre genommen. Er hat von hier gerade Ehre genommen. Er kann einfach Controller auch genauso. Aber ich würde es nicht sagen, genauso, aber auch richtig... Oh, nee. Krass. Ey Leute, mir fehlen gerade wirklich die Worte. Also mir fehlen gerade wirklich die Worte. Der Typ kann ja auch einfach genauso krass... Warte. Ich habe den Titel auch... Ich habe gar nicht auf den Titel richtig geachtet. Ich habe eigentlich nicht mal gecheckt, dass da Controller steht. Ne? Ich habe das echt gar nicht vor Augen gehabt. Also der Typ hat wirklich... Krass. Er ist wirklich der beste Controller-Keyboard-Spieler. Ich kenne jetzt gar keinen, der so gut Controller und Keyboard spielen kann. Er ist wirklich der Beste. Wow. 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 Was soll ich denn sagen, Freunde? Ich kann nichts anderes sagen, außer wow gerade. Ich komme einfach nicht auch mal drauf, als der Controller so gut drauf hat. Wow. Wie kann das so schnell sein? Was ist das? Ja, moin Leute. Krank. Der macht ja wirklich alles richtig. Das ist unglaublich. Oh mein Gott. Ich weine gerade, glaube ich. Ich glaube, ich weine gerade. Unglaublich. Oh. Unglaublich. Unglaublich. Und der Typ ist wirklich echt krass. Das ist ja einer der besten. und wird sagen sogar das schnellste ich bisher gesehen habe er ist wirklich das schnellste und die tatsache dass er auch controller so gut drauf hat habe ich ja noch mehr beeindruckt haben wir aber behindert beeindruckt ich will mal mehr online clips von ihnen sehen und spielt arena 2006 ich würde mal nächstes mal gerne für ihn so ein bisschen mehr online clips sehen also ich habe es wir haben bisher nur creative und war uns gesehen und flex flex hier flex da aber nächstes mal hätte ich gesagt ein bisschen mehr online hätte ich schon gefeiert so ein bisschen arena ein bisschen normal wer auch sehr ansehlich naja folgen das war's für mein video ganz wichtig freunde nicht vergessen checkt auf jeden fall die deadstock aktion ab freunde ihr tut einfach nur irgendeine hose in euren warenkorb und dann könnt ihr halt einfach ein dieser hoodies hier oder sweater umsonst bekommen ganz easy einfach wo die oder sweater einen warenkorb reintun dann die hose und dann einfach nur den code red hoodie eingeben und die zeit nur die hose also den hoodie oder eine zweite kriegt ihr dann einfach umsonst auf ihre ganze aktion wieder limitiert nach oben in der beschreibung ich würde sagen freunde wir sehen uns wieder morgen haut rein der alle echte und tschau tschau digga krass ich bin noch folge vielleicht schon die typen digga